Du weißt nicht, welchen Lehrberuf du wählen sollst? Diese vier Tipps helfen dir bei der Entscheidung. Es gibt mehr als 200 verschiedene Lehrberufe in Österreich. Viele sind neu und die kennst du vielleicht noch nicht. Scroll dich auf berufslexikon.at durch und schau dir an, welche Berufe es gibt. Jeder hat Talente. Überleg dir, was dich interessiert, was du gerne machst, was du in einer Freizeit gerne machst, kochst du gerne, reparierst gerne Sachen oder baust sie zusammen oder arbeitest gerne am PC. Arbeitest du gerne mit Menschen, Kieren oder Pflanzen? Willst du am Wochenende Freizeit, viel Geld verdienen oder etwas Sinnstiftendes machen? Nimm dir Zeit und entdecke, was du gerne machst. Hol dir Infos über Ausbildungs- und Berufswege auf Berufsinformessen. Du kannst auch deinen Klassenforschern fragen, ob an deiner Schule Eignungs- oder Interessentests angeboten werden. Oder du machst einen Online-Interessentest vom AMS. Wenn du weißt, welche Lehrberufe dich begeistern, dann frag Betriebe in deiner Umgebung, ob du dort die berufspraktischen Tage absolvieren kannst. So kannst du den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen direkt über die Schulter schauen und erleben, was ihre Aufgaben sind. Sie sind auch eine tolle Infoquelle. Frag sie alles, was du über den Beruf wissen möchtest. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben oder besser gesagt zum Screenshoten. Erstens, Lehrberufsliste durchforsten. Zweitens, Stärken und Interessen notieren. Drittens, Berufsinformessen und Interessentests. Und viertens, Schnupperlehre machen. Auf was du achten musst, wenn du eine Lehrstelle suchst, da habe ich hier ein paar Tipps für dich.